Geed, it's strange how sounds can let you down, let you down, my girl, you've been loving Sounds, sounds, girl No, Slender, der Rival Komm, Männer, wir machen das jetzt so Ich hab schon Okay Dann krieg ich nen Klaps Okay Kerze ist auch am Start Bei mir ist alles dumm, gell Ich hab, ne Kerze hab ich Du hast, komm, du hast dein Kameralicht Bei 3, 2, 1 noch mal Start geben, okay Okay, also bei 1 dann 3, 2, 1 Loading Ja Hoffentlich steht das ne Stunde Geis, 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 let's play Meiner, warum parkt denn der da? Ich weiß nicht, der wartet auf irgendjemanden Schöne Landschaft Was? Schöne Landschaft Wahnsinn Alter, Gollum Mein Schatz Hast du denn auch ne Cam? Ja Okay, ich auch Bin auch am Aufnehmen Ja, ich auch Nee, 43, 44 Sekunden Was? Ich bin mal 7, 48 Wie kann ich hier springen, Alter? Gar nicht Keine Ahnung, ich kann auch nicht springen Gar nicht, ich muss links rum um den Baumstamm Wo bist denn du? Ich bin am Auto noch Ach noch? Warte, ich komm wieder zurück Ich geh jetzt grad am Baumstamm vorbei und den Weg runter Ja, ich auch Sag mir, wenn du bei dem Alter, ich hör irgendwie ein Geräusch hinter mir Wenn ich wo bin? An dem Zaun da vorne Brauch ich auch noch ne halbe Ewigkeit Ah, das sieht geil aus, ne? Wahnsinn Da hinten ist ein Funkturm oder so Ja, den seh ich auch Da müssen wir bestimmt hin Bist du am Zaun? Ja Okay, weiter Ey, man kann rennen aufs Schiff Ja, stimmt Koko? Koko, mach noch Koko Aber ich glaube, das ist immer noch Das gehört noch zum Intro anscheinend Ja, denk ich auch Weil da kommen noch die Namen und so Ja Ich bin jetzt Ich glaube, ich einfach mal runter Wurden lang links oder rechts dann? Links Links Bist du schon unten? Ne, ne Alter, ich hör immer irgendwelche Schritte Ja Ey, es wird dunkler Ja Ich bin jetzt bei dem Wald da, wo die Schatten sind Fuck, Mann, Alter, was ist das? Das bin ich Ja, ich bin jetzt fast ganz unten Was? Wie, was? Bist du schon im Auto? Ne, ich bin gleich am Auto Jetzt Jetzt, ja Ja, der läuft jetzt irgendwie anders Wie anders? Ja, er rennt nicht mehr Ja, er muss Wo bist du denn jetzt? Am Auto? Am Auto vorbei Ja, bin ich jetzt auch Gut Oh Gott Oh Gott Na Usa Jetzt hier wird er rechts hoch, ne? Ja Der rennt nicht mehr Ey, ich weiß Das meinte ich ja eben Oh, hier ist so eine Stadt Alter, ich hör was Es wird dunkel Jetzt wird's dunkel, Alter Ja, Mann Ich bewege mich doch gar nicht Was ist denn das? Meiner? Da steht einer Was denn? Ne, doch nicht Nee, das ist ein Schild Sold Ja Bist du da reingegangen? Ne, ich bin da jetzt nicht Ich will nicht da rein Mann, wir müssen aber da rein Sicher? Ja Komm, wir gehen Ich denke mal Oh Gott Okay, ich geh rein Okay, ich auch Ich bin drin Oh Gott, Augen zu Im Haus? Ich bin noch nicht im Haus, ne Du? Ich steh gleich vor der Tür Ja, ich auch Oder sollen wir erstmal da rechts in die Garage zum Auto? Ja, erstmal zum Auto Da können wir schnell wegfahren Warte, ich guck erstmal durchs Fenster Ich ruch Ey, da kommt andere Musik Ja Oh, ne, Alter Ich kann das nicht Oh Gott Bist du noch? Bist du schon drin? Wenn du F drückst Dann steht da Du hast kein Flashlight Don't have Flashlight Ich geh zur Tür, meiner Ich geh zur Tür Zur Tür? Warte, warte, ich auch Oh Gott Warum ist das? Oh Was ist? Nichts, alles gut Halt die Fresse Halt die Tür ist auf Wo denn lang jetzt? Ich steh jetzt vor so einem Rucksack Alter, drück mal Halt mal eh gedrückt What the fuck Ich bin auch am Rucksack Wo jetzt lang? Hoch geh ich nicht, Alter Aber dreh dich mal um Nein Warte, ich dreh mich Oh Gott Nein, ich dreh mich nicht, Alter Ich dreh mich nicht Ich hab mich gedreht, da ist nichts Ich bin rechts rein Jetzt im Essenssaal Okay Ich hoch Alter, mir verbrennt die Kippe in der Hand Hallo? Ist hier wer? Da an der Tür Da leuchtet was Wo? Oh Gott Ja, leuchtet Nein, das ist nur Nein, das ist nur im Dicht Gehen wir zur Tür? Ja, ich bin jetzt im Türrahmen Guck, guck Alter, nein Da liegt was, da blinkt was Wo denn nur? Die Taschenlampe, juhu Wo denn nur? Auf dem Tisch Ah, wie nehme ich die? Wo ist denn hier eine Taschenlampe? Auf dem Tisch Nee, da ist keine Taschenlampe bei mir Ach doch, hier Ich hab ein Taschenlampe Alter, jetzt ist ja noch dunkler Nee, ist keine Taschenlampe Wie? Ich habe hier kein Welchen Tisch denn? Na, rechts rein Da, wo der Essenstisch ist Nee, da ist keine Taschenlampe bei mir Echt? Nee Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ja, ich weiß es nicht Ich hab keine Taschenlampe Aber du siehst ja trotzdem aus Durch die Kamera Ja Hier sind nur zwei Tassen Eine Blume und zwei Teller Und irgendwas anderes Irgend so ein You don't Wie kann ich das nehmen? Mit der linken Maustaste Honoring the life of Beth Hayes Ich weiß nicht, was das ist Oh, jetzt hab ich Irgendetem, ja Ja, genau Aber hier ist kein Taschenlampe Wo sollen die denn sein? Auf dem Stuhl? Oder? Nee, die war auch auf dem Tisch bei mir Nee, hat mir wahrscheinlich schon Einer geklaut Komm in die Tür rechts nicht rein, meiner Wie in welche Tür? Hör mal, spielst du ein anderes Spiel? Vor dem Tisch aus, da ist eine Tür Die steht so ein bisschen auf Ja, da bin ich, da bin ich reingegangen Na denn? Einfach reing, durchgegangen Hä? Die steht da nur ein bisschen auf Da kannst du gar nicht einfach so durch Doch, da ist keine Tür bei mir Meiner, bitte mach mich nicht Panne Was spielst du denn du für ein Spiel? Na, Slender the Arrival Ja Ah, jetzt hab ich die Tür auf Oh Gott, warum hab ich die aufgemacht? Bist du jetzt, ist da so ein Klavier bei dir? Hier ist kein Klavier Wo bist du? Bist du rechts rein von dem Tisch oder links? Rechts Äh, ich bin links rein, du Arsch Ach, dort hinten Hier ist doch Da ist ein Klavier Ach ja Und hier kriegst du irgendwie auf Ich hab keine Ahnung, was ich gedrückt hab Ah, E Nee Gott E Nee, Q Ich guck jetzt im Menü, Alter Ich weiß Meiner Was denn? Du rund, Arschlecker, Pissleckenkopf Was ist denn? Mal irgendwas Geh mal zu der scheiß Couch Ich komm nicht zu der Couch Mach die Kack zu, auch Und geh zur Couch Ich muss erst mal wissen, wo Bindings hier Glaub linke Maustaste und dann kannst du die so ziehen Ah ja Oh Gott Wo? Nimm mal zur Couch Ja Bordet ran Bis zum Fenster Gott Wo bist denn du? Du kannst ja Klavier spielen, Alter Echt? Ja, geh mal ins Klavier Ja, Mann Aber hier ist nicht bei mir Oh Gott Kann bei dir nicht so ne Kribbelzähne kommen, wie schon so? Nee, kannst du auch das Fenster auf uns zu machen Hallo? Ja, komm, wir gehen durch die Tür da links Ja Ja Oh, ich hab, ja, ich hier ist die Taschenlampe Nice Und ne, und ein Handy Nee, es geht aber nicht Ich hab ein Blatt Danke, ich kann nicht sagen, dass du genug bist Willkommen in meinem Video, mein Lieber Ich liebe dich immer, Kate Ja, Telefon hab ich auch Danke, ja, das hab ich auch Phone, wie hast du das genommen? Ja, ich kann nicht nehmen, da steht nur so phone Ich kann es ganz lesen Line A purse to be dead Oder irgendwas, keine Ahnung, was da stehen soll Ja, und wo jetzt lang? Weiß es doch auch, nicht man Hier ist ein, hier ist ein Bild von zwei Weibern Ja, das seh ich auch gerade Ich mach erstmal hier die Tür Nee, mach ich nicht zu Ach, jetzt sind wir da jetzt immer eh mal rumgegangen quasi Boah, Alter, ich dachte, hier ist ein Leichensack oder so Meiner, wo bist du? Du bist jetzt durch die Tür gegangen wieder? Ja, gehen wir raus oder hoch? Ich steh erstmal links dazu, diesen Abstellzeug Aber da ist nicht Ja, nee, da ist nicht Hallo? Nee, das ist keine Wo bist du? Nein, ich bin Oh, hier ist noch ein Blatt Guck mal, eins steht da Das ist direkt Das ist, wenn du aus der Tür links rauskommst Gleich dahinter ist so ein Ablagebrett Hey, Kate Ah, ich seh, ist okay Ich meine, Englisch ist wieder Warte mal Es bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin schon links in der Tür drinnen Okay Bislang Aus dem Bett Ja Dann kann das nicht mal heller sein hier Oh Gott Oh Gott Drückt nicht F, Meiner Was? Nicht F Nein, 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 scheiße Ich hab's ausgemacht, ich hab F gedrückt Alter, in diesen langen Gang geh ich nicht rein, alter Oh, welcher langer Gang Oh, meine Hände sind sehr schmutzig Na, gerade hin, dann die andere Seite halt Geh doch erstmal durch die Tür da, wo das Bett ist Da ist doch noch eine Tür Achso Bist du da schon drinnen? Oh Gott Ja Da ist das Badezimmer Hallo Ist nichts Ich weiß Geh mal runter Ne, wir müssen noch da gerade hin Wo gerade hin? Na, da ist doch noch so ein Gang Achso, ja, ach du Scheiße Okay, geh mal da lang Ja, und dann? Warte, ich muss erst noch eine Kippe anmachen Und dann krieg ich Herzrhythmusperrung Oh Gott Ja, ich geh jetzt da durch Und dann geh ich, ähm, dann geh ich, dann geh ich rechts rein Direkt Okay Da ist die Küche Nein, ich hab F gedrückt Verdammt Mach das Bretter auf Gott Da, da steht er, alter Da steht er Guck raus aus dem Fenster Du musst aus dem Fenster rausgucken Oh Gott Da steht keiner Guck lange aus dem Fenster raus Da steht einer Bei mir stand zumindest einer Ich will nicht, ob der random auftaucht Alter, hier ist ein Autoschlüssel Wie nimmt man da hin? Oh, ich hab einen Autoschlüssel Wo ist denn der hier? Er liegt da rechts auf der Ablage Welche Ablage? Na, gleich links im Badezimmer Und dann links davon Ich bin in der Küche Wieso, welche Küche, alter? Ne, ich bin im Badezimmer Oh Hier liegt bei mir kein Schlüssel Warum hab ich kein Schlüssel? Hier ist kein Schlüssel Doch Nicht? Na, dann ist der bei dir woanders Bei mir war ja auch der Rest woanders Ja, ich geh mal hier in das In die Tür links Ja, ich auch Die ist aber nichts Absteckt Bei mir liegt da der Schlüssel auf dem Tisch Ja, sehr gut Wollen wir jetzt runtergehen? Weil wir haben einen Autoschlüssel, alter Zur Garage? Ja Lass uns erstmal ans Ende von dem Gang Ne, vergiss es, alter Wollah, ans Ende von dem Gang Oh, Mann Ich sprint da hin Hallo? Muss man da aus dem Fenster gucken? Unlock the door Ja, da ist nämlich nichts Da oben auf dem Fensterrahmen liegt bei mir was Was denn? Ne, ich kann das Fenster nur aufmachen Ja Oh Gott, die Mucke, alter Ich kann nicht mehr Ich bin jetzt wieder unten Draußen bin ich jetzt Was ist denn, wenn man wieder zurück geht? Bei mir geht die Tür auf, meiner Du musst nur drücken Ne, bei mir ging es nicht an Lock the door stand bei mir Ja, bei mir steht das auch da Aber es geht Jetzt muss ich wieder da hoch Geh besser nicht hoch Was? Geh nicht hoch Wieso denn? Ich weiß es auch nicht Aber da steht was an der Wand Can you see it? Ich kann es nicht sehen Ich will es nicht sehen Oh, warte, ich mache auf Warte Die Scheiß Die Mausers gedrückt halten Und dann nach rechts gehen Can you see it? Oh Gott Ja, ich sehe die ganzen Slender-Dinger Und das Slenderman ist das Jetzt dreh dich nicht um Halt die Fresse Da liegt ein Blatt Ja, das hebe ich auf In the Woods Und ein Stift In the Woods, Alter Wir müssen Will ich dich umdrehen? Ne, dreh dich um Da ist nichts Oh Gott Da schreit mich Ja, bei mir auch, Alter Warte, unser Oh Gott Gehen wir raus? Ja, wir gehen jetzt runter Zum Auto? Ja Aber das geht nicht mit dem Auto Habe ich gerade probiert Ist man runtergechargt oder was? Ja, ich bin Ich war doch schon immer unten Wo geht man hin? Wir müssen zum Wald Wir müssen hier ums Haus rum, glaube ich Wir gehen mal zu In den Wald, sagt er Wir müssen jetzt hier raus Ich bin jetzt wieder vorne am Tor Am Tor schon? Ja Sprintest du oder was? Nein, ich bin ganz normal runtergelaufen Okay, ich bin auch am Tor Okay, guck mal da ist ein Bild Da ist so ein Bild von so einer Von so einer Wanted Ah, ich sehe es Links, links am Baum, ne? Ja, missing Charlie Madsen Jr. Wenn du diese Kinder gesehen hast, bitte kontakt Okay Ja, okay Haben wir nicht gesehen HTML You can Okay Wo gehen wir lang? Oh, hier geht es nicht weiter, meiner Hier geht es nicht weiter Hier geht es nicht weiter Wir gehen ums Haus rum, meiner Wo denn jetzt? Rechts oder links? Alter, wir haben doch da an dem Baum Das Ding gefunden Ja, und dann gleich rechts Oh Gott Nee, dann links Hier bewegt sich was Ich habe es auch gehört Dann links Wie links? Die Garage ist rechts am Haus vorbei Ja, bin ich doch Einfach ignorieren, wenn sich was bewegt Alter, der Sender so einfach kommen und das Spiel beenden Ich habe keinen Bock mehr Warum wird es denn nicht hell? Ich kann die Nacht nicht Ja, ich will jetzt mal rutschen gehen Rutschen gehen oder in den Wald? Ich gehe in den Wald Oder nee, wir gehen erstmal gucken, ob da vielleicht ein Zettel oder so ist Auch noch Also zum Spielplatz Ja Oh, scheiß mir gleich ein, Alter Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen So ein bisschen dünnes in der Hose Oh Gott Aber hier ist nichts Ey, der läuft hundertprozentig um den Zaun herum Hier ist nichts Ich rutsche jetzt Oh, doch Ey, hier kann man nicht rutschen Doch Juhu, Achievement unlocked Playing a slide on a horror game Mama Gehen wir links da aus der Holztür Meiner Ja Meiner, ich bin jetzt auch alleine Meine Freundin ist weg Missing, Missing Child Ich bin jetzt raus Ja, ich, oh, ich gehe jetzt hin in den Gang Oh, neues Level Ja Oh Gott Alter, was ist jetzt? Blue Isle Studio, die du präsentierst Ach, jetzt ist dir auch noch Nebel Da haben sie Spaß gehabt Das ist schön, ja Komm hier rein, die Tür Nee, die geht nicht auf Meiner, wo gehen wir denn jetzt lang? Weiß es auch nicht Alter, da geht es doch nur durchs Feld Ja, aber ich will nicht Und da hinten ist Licht Wo? Da hinten Am Ende Unten, oder was? Gehst du runter? Meiner, wo willst du denn sonst lang? Da ist doch nur ein Zaundurchgang Ja, da müssen wir jetzt auch runtergehen Beweck dich, da ist doch ein Geräusch Ich renne einfach durch Lass mich in Ruhe Renne zu dem Licht da hinten Ja, bin ich Bin jetzt beim Licht Hier ist ein Lagerfeuer Wie, du bist beim Licht? Da hast du Leichtfüßen? Nein Press 1 Das ist ein Lagerfeuer Hier ist einfach nur ein Auto Was? Hier ist kein Auto Was spielst du? Wo bist denn du lang? Na, den Gang zu dem Licht Ah ja, hier ist bei mir ein Auto Und da ist ein Zettel Help me steht da Ja Oh Gott, die Musik ändert sich Da ist kein Auto Hier ist ein Dixi-Klo noch Meiner, die Musik ändert sich Nee, ich hör Alter, ich kann nicht Ich hab' einfach grad aus Du, ich Da ist ein Da ist ein Zettel Am Auto Ja, ich hab'n Zettel gefunden Eins von Acht steht da oder so Ich auch Und bei mir kommt Musik So dumm Bei mir auch Und meine Kamera flattert Üwritez hin und her Ich bin jetzt bei uns im Lagerhaus Ich weiß nicht, wo du bist Meiner Oh Gott Du Arschloch Es schreckt mich doch nicht auf Toıyor Ja, ü inventz What the fuck Can't run Can't run, wir müssen irgendwelche Zettel finden Zwei von acht Ja, ich bin hier jetzt an so einem Wasserboiler Ja, bei mir Ich bin auch bei dem Wasserboiler Wohin? Ich weiß es nicht Alter, was hat das du Mist Ich glaube, ich soll die Fresse Wenn ich die Säde und Dreck Ich bin wieder beim Auto Was, bei welchem Auto? Ich bin unten am See Oh, ganz viel Loch Nein Hau ab Ich erleuchte dir die Fresse Komm her Ja, ich geb's dir ganz hart Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich weiß auch nicht, ich bin tot Ich bin tot Ich hab ihm zu lang in den Augen geschaut Ich weiß gar nicht, wo der ist Warum bin ich nicht tot? Ich will auch tot sein Meine, der kommt schon wieder oder so Meine, ich weiß nicht, wo ich hin soll Bleib einfach stehen Gucken ganz lang an Dann ist es vorbei Ich seh ihn ja nicht Ich seh ihn ja nicht, Mars flattert nur alles Meine, das ist ein Container Meine Du Dreckster, komm doch, Mann Komm doch Wenn ich jetzt Don't fuck, bist du fucker, Mann Komm doch Ey, bei mir steht Red Tree Jetzt bin ich Oh nein Meine, halt die Fresse jetzt bitte Steh mir einfach nur bei Ich bin, ich mach jetzt weiter Kannst du nochmal neu starten oder was? Ich bin jetzt irgendwo anders Ich bin jetzt Ich hab'n Zettel Ich hab'n Zettel Was steht denn da drauf? Page 2 von 8 Ja, den hab' ich auch Du musst Wow, da ist er, du bist Ich hab'n Schau'n ins Mars Ich bleib' jetzt erst mal stehen, bis du auch hier bist Ich hoffe, dass du hier hinkommst Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt